Herzlich Willkommen auf der Testmanufaktur. In diesem Video geht es um die besten Fahrradträger. Der Qualitätssieger in unserem Fahrradträger-Test geht an den Thule 924001. Sehr kompakter und leichter Anhängekupplungs-Fahrradträger, erhältlich in Ausführungen für zwei oder für drei Fahrräder. Die Variante für drei Fahrräder Modell 926 kann mittels Erweiterungsset um ein zusätzliches Fahrrad erweitert werden. Die Tragkraft je Schiene beträgt bei beiden Ausführungen 25 kg, was auch den Transport von leichten Elektrofahrrädern erlaubt. Das Handling des Trägers ist sehr komfortabel, eine einstellbare Einhandkupplung ermöglicht eine einfache Montage des Trägers, dank abnehmbarer Haltearme lassen sich die Fahrräder leicht fixieren. Der Abklappmechanismus erlaubt den bequemen Zugang zum Fahrzeugkofferraum. Träger und Haltearme sind abschließbar. Er erfüllt die Anforderungen der Stadunfallnorm. Bequemes Aufladen der Fahrräder mithilfe von abnehmbaren Fahrradhaltearmen. Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter. Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger. Einstellbare Einhandkupplung erlaubt einfache Montage des Trägers. Einfaches Befestigen der Räder durch lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion. Einfach zusammenzufalten und zu verstauen, passt in die Gepäckräume der meisten PKW. Schließen Sie Ihre Fahrräder am Träger und den Träger an der Anhängekupplung. Abschlösser sind im Lieferumfang enthalten. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der ATERRA 022-686. Die Anbringung und Abnahme des Trägers an der Anhängerkupplung ist sekundenschnell mittels Schnellverschluss erledigt. Der integrierte Indikator zeigt die korrekte Montage an. Der Träger fasst eine Vielzahl an Fahrrädern und ist ideal geeignet auch für Elektrofahrräder. Durch die leicht auf den Radschienen verschiebbaren Radschalen lassen sich Fahrräder je nach individueller Größe gut positionieren. Die Fixierung in den Radschalen erhöht den Beladekomfort, da das Fahrrad seitlich nicht wegrollen kann während der Greifarm am Rahmen fixiert wird. Durch die integrierten Schlösser sind sowohl der Fahrradträger selbst, als auch jedes einzelne Rad am Greifarm gesichert. Als Hersteller von Premium-Trägersystemen bietet ATERRA ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Fahrradträgern mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fahrradträger-Test ist die Bullwing SR2. Mit diesem Fahrradträger geht Ihre Fahrradtour los. Überzeugen Sie sich vom Bullwing Fahrradträger SR2 und nehmen Sie Ihre Fahrräder überall mit hin. Mit Fahrrädern verreisen zu können ist schön und macht besonders viel Spaß. Ihre Räder sind nun endlich komplett sicher und lassen sich so einfach montieren. Wer kennt nicht das Dilemma, dass etwas im Kofferraum vergessen wurde, nachdem die Fahrräder schon mühsam angebaut wurden. All dies ist nun vorbei, denn der Bullwing Fahrradträger SR2 ist dank Schnellverschluss so einfach anzubringen. Der Fahrradträger lässt sich jetzt auch mit Fahrrädern abklappen und gibt den Kofferraum so immer problemlos frei. Auch um die Sicherheit Ihrer Fahrräder müssen Sie nicht fürchten, denn Sie haben jetzt die Möglichkeit, ganz einfach ein Vorhängeschloss am Träger zu befestigen. Vertrauen Sie auf die gelieferte Qualität, die Sie mit dem Bullwing Fahrradträger SR2 erhalten. Der Fahrradträger ist aus hochwertigem und robustem Stahl gefertigt, hat ein Eigengewicht von 19 kg und kann bis zu 50 kg tragen. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.